Was geht ab, was geht ab, Leute? Mein Name ist Enno. Schöne Grüße an AZ von der KMN Gang. Er hat sehr, sehr, sehr viel Geld von Albanien mitgenommen, deswegen schreibt ihm eure Kontodaten. Per Nachricht jetzt, ich blende seinen Namen hier ein. Alle Kontodaten sind, ihr schickt euch allen Geld. Ja, okay, fertig, fertig. Lukas, was geht, Lukas? Scheiß drauf, Bruder. Scheiß drauf. Was geht ab, Freunde? Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, Bruder, was geht? Kommt alle nun, wir sind jetzt gleich im Nun. AZ auch da, Nesh auch da. Niemals. Irgendwann, Wallah, schickt einfach Geld an seinen Fans, Alter. Schreibt ihm, er schickt Geld. Er macht Großvideos. Chal, nur am Essen. Du bist nur am Essen. Vorhin Suppe, jetzt Pizza, reicht doch. Komm. Du musst auf deine Figur achten, Chal. Chal, diesmal nur 5-4 gewonnen, aber lass es dich schmecken. Niemals mein ganzes Leben verliere ich gegen dich. Nesh, wie schmeckt die Niederlagensuppe? Guck mal, der Gewinner, wir sind gerade am Rennen. Ach komm, hör auf. Jo, wir sind gerade in Köln, das ist mein Bruder, das ist Nesh. Wir sind gerade hier am rumchillen. Wir chillen hier rum. Jo, wir sind gerade in Köln. Ich bin mit meinem Bruder, Chal. Und wir sehen uns gleich im Nun. Kommt alle vorbei. Nun, Cologne City. Pow! Jo, was geht ab? Ich bin's nochmal. Zett von der KMN Gang. Geht alle auf Enno seine Seite. Ich mach das jetzt hier. Ich markiere ihn jetzt hier. Und fragt ihn alle nach Großvideos. Der ist jetzt in Stimmung. Ich hab ihn überredet. Er macht für euch alle ein Großvideo. Ihr wisst Bescheid. KMN is the Gang. Ich hab ihn überredet.